Drei Senioren genießen einen sonnigen Nachmittag auf einer Parkbank. Die goldenen Strahlen der untergehenden Sonne streicheln ihre faltigen Gesichter, während sie in der Erinnerung schwelgen. Der Erste unterbricht die Stille und seufzt. Ach das Alter! Früher konnte ich stundenlang Zeitung lesen, aber heute kann ich nicht mal mehr die Überschrift entziffern. Meine Augen, meine Augen! Der Zweite nickt zustimmend und fügt hinzu. Ja, ich habe immer so gerne Radio gehört. Jetzt verstehe ich nicht mal bei voller Lautstärke ein Wort. Meine Ohren, meine Ohren! Der Dritte Senior erwidert. Wisst ihr, gestern habe ich zu meiner Freundin gesagt, wie wäre es, wenn wir mal wieder ein bisschen bumsen? Und sie antwortet, aber Schatz, du hast mir es doch gerade vor einer Stunde besorgt. Mein Gedächtnis, mein Gedächtnis!